Schön, dass dann doch bei der Kälte noch einige Leute gekommen sind. Das freut uns natürlich ganz besonders. Ich darf im Namen der Firma Talfeuerwerk Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Timo Lüttmann. Ich komme nicht aus der Ecke. Ich bin heute aus dem Taunus angereist. Darf Sie trotzdem heute durch den Abend führen, die eine oder andere Information für Sie weitergeben. Und wir hoffen, dass wir heute einiges sehen. Silvester ist ja jetzt nicht mehr so lange hin. Von daher gucken Sie. Ich hoffe, Sie haben sich die Zettel, die die Rosanna, unsere nette Dame in blau, verteilt hat, sich eingesackt samt Stift und können Notizen machen, falls Sie sich nicht alles behalten können. Und in dem Atemzug gleich nochmal eine Information für den Silvesterverkauf, der hier im Garten Menke Center zwischen dem, dieses Jahr haben wir den 28. und 31. Dezember stattfinden wird. 30. Pardon. 31. hat der Mike Urlaub. Und ja, dafür nochmal eine Information, wenn Sie eine Vorbestellung online tätigen und heute hier waren, vermerken Sie doch im Kommentarfeld gratis Artikel vorschießen und dann bekommen Sie ab einem Bestellwert von 40 Euro eine Knallkette, ab einem Bestellwert von 70 Euro den Vulkan Lucifer, sehr schöner Artikel, und ab 120 Euro gibt es sogar eine Feuerwerksbatterie, nämlich die Mythos obendrauf. Nochmal zur Info, Vorbestellung online sowieso zu empfehlen, weil aufgrund der gesetzlichen Lagerbeschränkungen nicht alle Artikel ausgestellt werden können, sondern Sie auch die, die Sie gerne haben möchten, die im Shop von Fieber sind, vorbestellen können. Das erleichtert das Ganze und somit können Sie auch noch ein oder zwei Artikel mitnehmen. Gut, das war es schon zum Organisatorischen vorab. Wie gesagt, Essen, Getränke gibt es weiter hinten, jetzt vielleicht nicht so clever dahin zu gehen. Wir haben einige Artikel auf der Schussliste. Ja, das kann man sich nicht weiter umführen, sonst bleibe ich hier hängen mit dem Ding, weil es ja, wenn ich hier unten bin. Ich sage es gleich, wir steigern uns. Gehen Sie nicht, drehen Sie nicht um nach dem Filmartikel, es wird immer besser und immer. Vielleicht für die Frauen wird es gegen Ende schlechter, weil es dann auch lauter wird, das überlasse ich Ihrer Meinung. Aber ich wäre soweit, Maik, wie sieht es bei dir aus? Und wir starten auf Ihrer Liste mit der Position Nummer 1. Das ist eine Blink-Bengale in Rot von der Firma Zink. Vielleicht eher für den Choreografen, der ein Feuerwerk plant, als weniger für den Einzelsinder. Aber das überlasse ich Ihnen. Gucken wir uns mal an, die Blink-Bengale in Rot. Das ist eine Blink-Bengale in Rot. Ja, eine rote Bengal-Basis mit einem Stroboskoplicht, sehr, sehr, sehr sachte, vielleicht auch zum Einstieg. Wir machen direkt weiter mit einem Artikel, übrigens, das ist die Kategorie T1 für Sie, kommt aus dem Bühnenfeuerwerk und wir legen nach mit dem Blackbox Ultralux in grün. Jetzt sollte es relativ hell werden, gucken wir mal. Okay. 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 Okay, wir machen direkt weiter mit der Nummer 3. Wir kommen jetzt zu den Fontänen. Ich sage es gleich, die Fontäne hat es ein bisschen in sich. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Mike, mach mal sechsmal die Nova-Fontäne Nummer 4. Ja, da sind wir alle wach. Wahnsinnsartikel, Sie sehen auch, was es ausmacht. Den nicht nur einzeln, sondern in der Verpackung gibt es ihn auch als 4 mehrfach zu zünden. Und gleich beim Trackling bleiben wir jetzt bei den Big Balls. Kennt man vielleicht aus dem Kategorie 1 Feuerwerk. Die hier legen eine Schiffe drauf, die Big Balls aufgehängt. Bitteschön. Kurzer, aber heftiger Spaß. Dafür ist der Preis auch nicht so hoch. Das war die Nummer 4 bereits auf Ihrer Liste. Das heißt, wir kommen zu Nummer 5. Leslie, Red Blink, eine Fontäne. Und bitte. Deine Pod demonstration. Das ist natürlich. Du bist richtig. Du bist ja so hoch. Du bist ja so hoch. Und Du bist ja so hoch. Alles klar? Bitteschön. Vielen Dank. Ich bitte. Ich würde mich in dem Fall für die rechte Variante entscheiden. Wir machen weiter mit der Jorge SOS-Fontäne. Das ist ein schöner Verbund, eine relativ lange Brenndauer, alles mit dabei. Das ist ein schöner Verbund. Das ist ein schöner Verbund. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war zweimal die Jorke SOS Fontäne und zwar die Nummer 6 bei Ihnen. Jetzt kommen wir zu einem, ja bereits im Bodenfeuerwerk wirklich zu Premiumartikeln, die seit einigen Jahren auf dem Markt sind. Es geht um die Zinkvulkane, die Supervulkane. Hier wird alles rausgeholt, was möglich ist. Bis zu 6 Meter Höhe, 50 Sekunden Brenndauer um den Daumen gepeilt. Es gibt im Shop, das sage ich vorab, mehrere Artikel, also mehrere Effektvarianten, als Sie jetzt sehen. Wir gucken uns jetzt mal die 1, die 3 und die 10 an. Bis zu 10 geht es auch nur. 1, 9 und 10, sorry. 1, 10 Sekunden Oko 1, 11 Sekunden Eichu!